Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spacestation Silicon Valley. Vor uns liegt die vorletzte Mission dieses Kontinents oder dieses Abschnitts, was auch immer. Der Rat-O-Matic, meine Hass-Mission, wuhuuu. So werden also die verdammten Ratten von Euro-Eden hergestellt aus Mäusen. Oh, Ivo, rette dieses Paradies im Orbit. Oder ich stecke dich in die Mikrowelle. Töte die Fuchsfamilie und zerstöre den Rat-O-Matic. Ich bin gespannt, wie denn uns in die Mikrowelle stecken wird, wenn er nicht mehr aus einem komischen Raumschiff da aussteigen kann. Ja, wie gesagt, ich verabscheide diese Mission. Wir fangen natürlich mit dem Rattenkönig an, mit dem wir auch die letzte Mission aufgehört haben. Ansonsten wäre es auch sinnlos gewesen, so eine riesige Mission zu machen, in der wir den Rattenkönig finden und zum Ziel bringen müssen. Da oben sehen wir schon eine merkwürdige Dampfwalze, was auch immer. Und ja, wir schwimmen mal wieder durch irgendwelche Abwässer. Naja, den Ratten macht das ja zum Glück nichts aus. Ja, ne, unser Gift hilft uns hier nicht sonderlich viel. Dieses Gift macht, wie gesagt, sowieso so gut wie keinen Schaden. Wir können höchstens im Rhythmus der Musik mitgiften. Und wir werden ein paar Ratten aufspüren müssen, die uns helfen sollten. Da vorne sehen wir schon eine, aber erstmal erkunden wir hier vorne diesen Raum noch nach weiteren violetten Energiezellen. Nicht, dass da gerade eben ein in dem Lautsprecher versteckt gewesen wäre, wo ich gesucht habe. Juhu, da haben wir auch schon eine und da vorne sehen wir ein paar Toiletten und da gucken zwei Beine aus dieser Toilette. Die sogar noch zappeln. Der scheint gerade einen schmerzhaften Tod zu sterben, der Mann, der in diesem Rohr drin steckt. Autsch. Naja, Spiel ab Null. Ja, dann, mehr werden wir hier drin wohl nicht finden können. Sammeln wir hier vorne mal die erste Ratte ein. Wie ich allerdings leider bereits erwähnt habe, sind die Ratten leider verbuggt, solange sie unter Kommando des Königs stehen. Zulange sie unter unserem Königskommando stehen. Wenn der Computer den König steuert, dann ist es kein Problem. Wir, naja, können damit leider nichts anfangen. Sie ist abgeschlossen, Depp. Sehr nett. Ausgedrückt. Juhu. Danke, Dan. Ja, schon drei Ratten und da ist auch die vierte Ratte. Das sind alle Ratten, die wir finden können. Hier vorne links, wenn wir hier reingehen, sehen wir bereits den Rat-O-Matic, mit dem wir allerdings momentan noch nicht viel anstellen können. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. So, wir müssen jetzt hier vorne raus und erstmal die Fuchsfamilie töten, von der wir eben schon gelesen haben. Erstmal gucken wir, dass überhaupt alle Ratten hier rauskommen. Mhm, wunderbar. Denn ab und an sind die Ratten mal so dumm sich da vorne an den Tür rämen. Äh, Tür rämen vor allen Dingen, ja. Ich kenne ja schon den Plural von Rahmen. Ähm, ja, sich da vorne festzuhängen und halt einem nicht hinterherzufahren. Wie wir schon in der letzten Mission gesehen haben, haben es sechs Ratten geschafft, allesamt in einen kleinen Fluss zu fallen, nachdem wir über eine Brücke gefahren sind. Und da unten sind die Füchse. So, ne, dann mal auf in den Kampf. Wir sehen, wie gesagt, wenn ich zum Kampf blase, tun die Ratten gar nichts. Es gibt allerdings einen Trick. Wir müssen einfach nur den Rattenkönig verlassen. Wie gesagt, es ist nur so dumm nichts zu tun, solange der König lebt. Das heißt, wir müssen einfach nur den König entfernen und schon sind die Ratten wieder CPU gesteuert. Und wie ich bereits erwähnt habe, sind die CPU-Ratten meiner Meinung nach die stärksten Computergegner hier in diesem Spiel. Die Fuchsfamilie sollte zwar eigentlich stärketechnisch deutlich den Ratten überlegen sein, aber glaubt mir, hier wird wahrscheinlich keine einzige Ratte draufgehen. Aber die Füchse alle. Oh, diese Ratte ist sogar draufgegangen. Aber der Fuchs natürlich auch. So, dann schnappen wir uns mal einen der Füchse, wo wir gerade die Gelegenheit haben. Die Ratten können halt die Arbeit alleine machen. Die sind, wie gesagt, CPU gesteuert und werden sich jetzt, genau, alleine um die Fuchsfamilie kümmern können. Aufgabe erfüllt. Du hast die Fuchsfamilie getötet, ohne irgendwas dafür getan zu haben. Yay. Gute Arbeit, ich. Ja, wenn wir auch mit dem Fuchs hier durchwollen, das ist ja mal nach abgeschlossen, Depp. Das ist also nicht tierabhängig. Wir müssen da vorne wirklich einen Schalter erstmal finden, um diese Tür zu öffnen. Und da oben sehen wir den Schalter auch schon. Aber wie sollen wir nur da drankommen? Hm. Erstmal haben wir unten ein bisschen Energie, die wir einsammeln können. Die haben wir auch bitter nötig, denn wir haben gerade eben von den Füchsen ordentlich was auf die Fresse bekommen. Und wir haben uns als König ja so gut wie nicht gewehrt. Komm, äh, ist ja auch kein Wunder, wir können ja auch so gut wie keinen Schaden als König machen. Hier müssen wir jetzt wieder den Warpsprung einsetzen. Also können wir doch davon ausgehen, dass die Programmierer daran gedacht haben, dass dieser Warpsprung existiert. Allerdings haben sie scheinbar nicht daran gedacht, dass dieser Warpsprung nicht funktioniert, weil man nicht gerade direkt von der Kante abspringt, in dem Moment, in dem man den Warp einsetzt. Wie gesagt, man kann mit dem Warp nur bis zur nächsten Kante. Oder wenn man in der Luft ist, dann warpt er einen bis sonst wohin. Das heißt, wenn wir das Ding nicht perfekt so timen, genau so. Na klasse, die Tür ist offen. Dass der Warp sich aktiviert, während wir gerade von der Kante springen, kommen wir nicht an diesen Schalter dran. Und glaubt mir, ich habe diesen Sprung nur beim zweiten Versuch geschaut, weil ich ihn schon inzwischen 30, 40 Mal gemacht habe. Ich habe beim ersten Versuch, da rüber zu kommen, Ewigkeiten an diesem Sprung gesessen, bis ich endlich auf der anderen Seite drüben war mit diesem verdammten Fuchs. Ich hasse diesen Sprung wirklich. Zum Glück kann ich ihn inzwischen, aber ich hasse diesen Sprung. So, mit dem Fuchs sind wir ein bisschen schneller unterwegs als mit den Ratten. Von daher können wir jetzt mal einmal hier vorne durchbrettern und die violetten Energiezellen sammeln, die hier zwischen den Rat-O-Matik-Teilen versteckt sind. Leider können wir hier unten nichts mit dem Rat-O-Matik anstellen. Wir müssen in den Rat-O-Matik reinkommen, um wirklich was zu tun. Wie gesagt, von hier unten ist alles abgesperrt. Hier sind überall Zäune, auch wenn hier kleine Aufführungen zu sein scheinen. Hier kann man nirgendwo auf den Rat-O-Matik drauf. Und hier vorne der direkte Zugang zum Computersystem ist blockiert durch diese lustige Plattform, die nach oben steht. Tja, also wie kommen wir jetzt in den Rat-O-Matik rein? Das große Rätsel dieses Levels ist eigentlich gar nicht mal so unglaublich schwierig. Aber es gibt dann noch einen kleinen Trick bei. Erstmal haben wir hinter der Tür eine Rennmaus, nach langer Zeit mal wieder. Und eine Kamera. Der Rat-O-Matik ist leer. Diese Kamera ist ein Überwachungssystem, mit dem man sich den Rat-O-Matik angucken kann, während er gerade im Betrieb ist. Das ist eine gigantische Falle. Ihr dürft auf keinen Fall, wenn ihr das Level zu 100% schaffen wollt, die Kamera benutzen. Hier vorne seht ihr, sind überall Ratten drin versteckt. Und wir müssen, also Mäuse drin versteckt, nicht, es sind noch keine Ratten. Sie sollen ja noch keine Ratten sein. Wir müssen jede einzelne Maus retten. Wenn ihr aber den Rat-O-Matik hier vorne aktiviert und der Maus-Sorger aktiviert wird, dann müsst ihr euch hier vorne auf diese rote Plattform stellen. Denn dann werden wir in den Rat-O-Matik gesogen. Wenn auch nur eine der anderen Mäuse da reingesogen wird, dann habt ihr schon verloren und könnt die Mission hier nicht mehr zu 100% schaffen. Das heißt, ihr könnt die Mission immer noch abschließen, aber euch wird am Ende der Mission etwas fehlen. Und außerdem gibt es einen lustigen Bug. Naja, nicht wirklich Bug, aber mal wieder völlig undurchdacht. Wenn ihr alle Mäuse eingesogen habt, könnt ihr den Rat-O-Matik nicht mehr aktivieren. Also ihr könnt den Maus-Sorger nicht mehr aktivieren, der euch in den Rat-O-Matik bringt. Selbst wenn ihr selbst als Maus noch existiert. Das Spiel wird nicht mehr akzeptieren, dass der Maus-Sorger aktiviert wird, weil halt keine Mäuse mehr in den Käfigen sind. Ich sage immer Ratten zu den Mäusen, egal. So, hier vorne wird es dann wieder gefährlich. Hier haben wir erstmal einen elektrischen Zaun, den wir einfach umfahren können. Das ist wunderbar. Durch den Zaun kommt man auf keinem anderen Weg durch. Den Stampfer, da dürft ihr auf keinen Fall berühren, der tötet euch sofort. Hier vorne, dieses Schubs-Ding, da tötet einen fast sofort. Das macht auf jeden Fall sehr viel Schaden. Das Ding hier vorne tötet einen sofort, wenn wir reingeraten, wenn ich mich recht entsinne. Also hier tötet einen eigentlich alles sofort. Wir müssen hier extrem aufpassen mit dem, was wir machen. Wir sausen hier einmal vorne durch. Jetzt werden wir hier vorne von Flammen verfolgt. Das ist super merkwürdig. Ich weiß nicht genau, wie man diesen Flammen da ausweichen soll. Die verfolgen einen einfach überall hin. Die werden uns auch weiter verfolgen. Wir können zwar drum rum, aber wir sehen, wir werden trotzdem weiter von diesen Dingern verfolgt. Mein Gott, die Flammen sind immer noch da. Jetzt machen sie zum Glück keinen Schaden mehr. Das ist ziemlich lächerlich hier vorne. Und das hier ist der Transformator, der die Mäuse in Ratten schlussendlich aktiviert, wenn sie denn wirklich durch den Rat-O-Matik durchlaufen. Uns tut dieses Ding zum Glück nichts. Und zu guter Letzt, das hier macht uns auch noch Schaden, wenn wir da reingeraten. Hier werden die Mäuse dann mehr oder weniger aufgetaut, wenn sie wieder Ratten sind. Ja, ne? Das könnt ihr euch gerne mal angucken. Wir werden diese Szene hier nicht zu Gesicht bekommen, weil wir das Level, wie gesagt, zu 100% durchspielen. Und hier auf der anderen Seite finden wir... Vereile dich und zerstöre die Generatoren! Die Generatoren und eine Ratte! Das heißt, wir brauchen jetzt die Ratte, um Minen legen zu können, um damit die Generatoren zu zerstören. Das heißt, wir müssen jetzt mit der Maus gegen die Ratte gewinnen. Was kein leichter Kampf ist, leider. Da die Maus, wie wir schon wissen, nur diesen leichten Stacheltreffer vorsichtig landen kann. Und die Ratte Minen legt und immer vor uns abhaut und leider nicht in den Nahkampf kommt. Was eine extrem schwierige Angelegenheit hier ist. Wobei, wenn die Ratte so sprengt, kann sie den Rat-O-Matik sogar selber erledigen. Wow! Sie hat sogar einen Computer gerade schon selbst erledigt. Gute Arbeit, Ratte! Na, vielleicht brauchen wir die Ratte gar nicht und sie zerstört den Rat-O-Matik einfach selber. Das wäre auch mal was Neues. Ausweichen. Wir haben schon viel zu viel Schaden genommen. Ich befürchte, ich will diesen Kampf ja nicht verlieren, aber wir haben das erste Mal Schaden gemacht. Die Ratte hält zwar nicht zu viel aus, aber... Okay, wir haben es geschafft! Der Rat-O-Matik ist zerstört! Ja, wir haben die Ratte nicht mehr erledigt, aber trotzdem ist die Ratte so dumm gewesen, den Rat-O-Matik selber zu zerstören, während sie uns hat versucht zu sprengen. Wunderschön! Ja, und jetzt sehen wir eine wunderschöne Michael Bay-Action-Film-Szene, in der einfach alles sinnlos explodiert. Jede einzelne Station, diese Ratte-O-Matik explodiert nacheinander. Wuhu! Merkwürdig, aber was soll's? Ja, ich weiß nicht genau, wie das hier gebaut sein soll, dass hier jetzt jede einzelne Station explodiert. Ich weiß auch nicht, was es soll, warum sich das nicht einfach alles deaktiviert. Das wäre irgendwie sinnvoller. Aber was soll's? Das soll mir recht sein. Auch wenn wir dafür jetzt diese nervige Szene überstehen müssen, in der jetzt jedes einzelne Rohr einzeln explodiert. Was zur Hölle? Hat man sich dabei gedacht? Ernsthaft? Jedes einzelne Rohr explodiert? Naja, es gibt ja nicht sonderlich viele Zwischensequenzen in diesem Spiel. Da hat man sich wohl gedacht, hey, in dem Revier machen wir mindestens mal ein paar Effekte. Und wir sehen, die Türen der Mäuse sind alle gesprengt worden. Und die Mäuse sind allesamt frei. Alle fünf. Aufgabe erfüllt, du hast den Ratomatik zerstört. Und wenn wir jetzt, wie gesagt, nicht alle fünf gerettet hätten, dann würde uns jetzt gleich was fehlen, wozu wir jetzt kommen werden. Die Ratte bleibt darum immer noch. Wir sollten gucken, dass uns die Ratte nicht tötet. Juhu, alle Mäuse fahren an uns vorbei. Übrigens, egal welches Tier ihr jetzt nehmt, die Mäuse hier erkennen euch immer. Also ihr könnt hier auch als Ratte oder Fuchs hinfahren. Die Mäuse werden euch trotzdem als Retter ansehen. Danke, edler Retter. Wir werden das nie vergessen. Folge uns zum Ausgang. Sie sind uns übrigens auch so dankbar, dass wir sie völlig ohne Probleme jetzt umbringen können. Und sie werden uns dafür nicht hassen oder zurückangreifen oder sonst irgendwas tun. Ja, man sollte es aber trotzdem erstmal noch nicht tun. Denn hier vorne, an dieser Kugel sind wir eben noch nicht vorbeigekommen. Sesam, öffne dich! Hier können wir jetzt durch diese letzte Röhre durchfahren. Und wir sehen, wir kriegen für jede Maus, die wir gerettet haben, eine violette Energiezelle. Und da seht ihr jetzt das Problem, wenn wir nicht alle gerettet hätten, würde uns mindestens eine Energiezelle fehlen. Und für jede weitere Ratte, die wir nicht gerettet hätten, eine weitere Energiezelle. Und ja, so könnten wir das Level nicht zu 100% durchspielen, weil wir halt nicht alle Energiezellen gesammelt hätten. Gucken wir mal, ob es hier unten noch lebt. Erstmal müssen wir, ja, wir müssen hier mit den Ratten aufpassen, die uns jetzt alle angreifen. Erstmal in den König rein, damit wir uns nicht mehr tun. Ja, hier unten gibt es auch noch ein paar violette Energiezellen. Wobei eigentlich ist es besser, wenn wir eine Ratte sind. Mit der können wir uns mindestens wehren und Sachen machen. So, ja, dann gucken wir uns einmal hier vorne um. Hier vorne sehen wir nämlich, hier liegt die Trophäe dieses Levels einfach so auf dem Grill. Wie soll man da nur drankommen? Hm, merkwürdig. Tja, aber kein Problem. Dafür gibt es natürlich einen Plan. Erstmal gehen wir wieder in den Rattenkönig rüber. Denn der sollte schwer genug sein, um hier vorne diese komischen Kisten zu schieben. An die hatte ich gerade eben gar nicht mehr gedacht. Die müssen wir nämlich zu der Rattentrophäe da vorne hinschieben. Wir sehen, die Rattentrophäe brennt momentan noch. Ein bisschen merkwürdig. Ja, was wir hier machen müssen, macht nicht so richtig viel Sinn. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Fässer da wahrscheinlich nicht gerade Wasser, sondern eher irgendein vergiftetes, explosives Material enthalten. Aber gut, was soll's. Jetzt gehen wir wieder in die Ratte zurück. Und jetzt können wir mit der Ratte, nämlich da vorne, diese beiden Fässer sprengen gehen. Wie gesagt, macht nicht unbedingt Sinn. Aber was soll's. Hm, ich weiß gar nicht, ob wir das zweite Fass auch brauchen. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Wir sprengen jetzt erstmal dieses eine Fass, das wir da vorgeschoben haben. Bam, bam. Mhm, das hat noch nichts gemacht. Also sprengen wir das Ding nochmal. Das sollte dann eigentlich reichen. Und jawohl, bam, bam. Wir sehen, da sprüht eine merkwürdige grüne Flüssigkeit raus, von der ich gar nicht wissen will, was es ist. Und das Feuer wurde gelöscht. Ab jetzt können wir an die Trophäe ran. Aber wir müssen natürlich auf die Höhe der Trophäe kommen. Das heißt, wir müssen mal wieder mit einem Warpsprung dahin. Jetzt gucken wir erstmal, dass die Ratten uns nicht töten. Ja, wir sind aus der Reichweite der Ratten. Das ist sehr gut. Hier vorne kommen übrigens die fertigen, in Anführungsstrichen, Ratten raus, wenn sie vom Rattomatik umgewandelt wurden. Und da war auch noch eine wählte Energiezelle. Ja, so, da ist noch eine Energiezelle. Sehr schön. Und jetzt sollten wir eigentlich keine Probleme haben, uns hier noch zwei Stück mit dem Warpsprung da vorne drauf zu kommen. Na gut. Der Sprung ist eigentlich einfacher als der andere drinnen. Aber, na gut, ne. Ist halt ein weiterer Sprung. So, zieh. Das war ja total daneben. Okay, noch ein Versuch, noch ein Versuch. So, jetzt aber. Mit Maß. Ja, sieht gut aus. Irgendwie ist dieser Sprung schwerer als erwartet. Aber ich eier auch merkwürdig rum. So, jetzt. Okay, einmal genau zielen nehmen. Ja, genau. Gerade drücken. Jetzt nicht wieder abrutschen. Jawohl. Und wir haben die Trophäe erwischt. Wunderschön. So, jetzt müssen wir hier nur noch lebend wieder rauskommen. Ähm, ja. Ich glaube, wir verwandeln uns mal eben in einen der Ratten hier vorne. Dann gehen wir rüber zu unserem Rattenkönig. Mhm, mhm. Und locken erstmal die ganzen übrigen lebenden Ratten hier vorne weg, damit sie uns nicht töten, wenn wir gleich versuchen, hier rauszuflitzen. So, ihr kommt mit nach hier hinten, ihr Ratten. Und jetzt springen wir hier vorne in einen Fuchs und benutzen unseren Warp-Antrieb, um abzuhauen. Wutsch. Und dann gehen wir wieder in eine Maus rein. Wunderschön. Ja, wir haben eben noch was vergessen einzusammeln, fällt mir gerade ein. Nämlich die beiden violetten Energiezeilen, die uns noch fehlen. Die liegen natürlich, wir haben sie ja schon gesehen, hier hinten in den Käfigen, die wir freigesprengt haben. Und pling, fehlt uns nur noch eine einzige violette Energiezelle. So, und da ist die letzte und pling, wir haben sämtliche Energiezellen gesammelt. Yay. Und jetzt können wir das Level verlassen. Jetzt ist nur noch eine einzige Herausforderung vor uns, die wir bestehen müssen, um hier rauszukommen aus dem Level. Das kann ein bisschen schwierig sein, wenn man nicht gut geübt mit der Rennmaus ist, aber ich finde sie persönlich eigentlich recht leicht. Hier drin sehen wir erstmal wieder, stehen die ganzen Mäuse rum, die wir gerettet haben. Die könnten wir immer noch jederzeit umnieten, wenn wir wollten. Und wenn wir hier vorne rüberfahren, sehen wir hier, dass da eine Wand den Weg blockiert. Also müssen wir erstmal diese komische Wand da vorne loswerden. Wie sollen wir das nur tun? Ja, wenn wir hier auf der anderen Seite durchfahren, dann sehen wir hier, Achtung, tada, ein Schalter. Und dieser Schalter aktiviert ein Zeitrennen. Wir müssen so schnell wie möglich zu der Wand rüberkommen. Das heißt, wir positionieren uns jetzt erstmal ordentlich und dann fahren wir rückwärts gegen den Schalter. Achtung. Und wir hören, die Wand fährt runter. So, und jetzt müssen wir so schnell wie möglich darüber auf die andere Seite. Wir dürfen unterwegs praktisch nichts rammen, denn das ist eine ziemlich schwierige Aufgabe eigentlich hier. Aber wie gesagt, wenn man ein bisschen Übung mit der Rennmaus hat, ist es nicht mehr ganz so hart. Und tada, wir haben es geschafft und hinter uns fährt die Wand wieder hoch. So, und auf ins Ziel. Wunderbar. Wir haben mit der Rennmaus das Ziel erreicht. Wir haben die Trophäe gesammelt. Wir haben auch alle 15 violetten Energiezellen. Und dann applaudiert für uns. Zurecht, zurecht. Gib dem Hund einen Bonus wäre das nächste Level. Aber erstmal freuen wir uns, dass wir den Rad-O-Matik abgeschlossen haben. Ich hasse dieses Level wirklich wie die Pest. Auch wenn es nicht so schwer aussieht, wenn ich es einfach nur noch demonstriere. Glaub mir, wenn man selbst darauf kommen muss, was man da drin machen muss, ist dieses Level die Pest. So, und gib dem Hund einen Bonus. Das letzte Level von Euro-Eden oder so ähnlich. Also, bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.